Heute ist ein geiler Tag, seit langem scheint endlich mal wieder die Sonne, die Temperaturen passen, sodass wir unserem E-Up endlich dynamische Blinklichter verpassen können. Los geht's! Oder auch nicht, die Dinger funktionieren leider nicht richtig. Wieso, weshalb, warum, alles im Video. Hallo bei Ausprobiert. Oh Mann Leute, was für eine Achterbahnfahrt. Ich habe mir diese dynamischen Blinklichter für meinen E-Up so extrem eingebildet. Ich habe es gelesen, dass es das gibt und ich wollte es haben. Ich will es immer noch haben, aber wie gesagt, leider hat mich die Realität eingeholt und von Himmel hoch jauchzend zu Tode betrübt ist es leider nicht weit. Wir wollen in diesem Video mehrere Dinge besprechen. Ich habe eigentlich auch ein Video vorbereitet, wo ich euch zeige, wie man diese dynamischen Blinklichter verbaut. Das sparen wir uns jetzt alles aus, beziehungsweise ich werde es auslagern in ein anderes Video. Vielleicht ist es ja trotzdem für den einen oder anderen interessant, wie man diese Blinkleuchte ein- bzw. ausbaut, weil mal irgendwas anderes defekt ist oder weil es vielleicht doch irgendwann ein funktionierendes dynamisches Blinklicht gibt und dann muss man ja die gleichen Schritte vollziehen. Vielleicht beginnen wir zunächst mal mit dem Produkt an sich. Was habe ich mir hier eigentlich bestellt und zugelegt? Es geht um diesen dynamischen LED-Spiegelblinker, den unser freundlicher Partnershop skoda-tuning.com im Angebot hat. 55 Euro werden für diesen Artikel aufgerufene. Er ist hier angeboten explizit für den Skoda Citygo iV, aber aufgrund der Gleichteileverwendung im Volkswagen-Konzern passt dieser dynamische Spiegelblinker dann auch für den e-Up und für den Mi Electric. Dieser Artikel hat, hier unten ist es in der Beschreibung zu erkennen, ein E-Prüfzeichen und ist dementsprechend auch 100% zugelassen. Ich weiß, dass es im Netz, in der Community generelle Diskussionen darüber gibt, ob solche dynamischen Spiegelblinker überhaupt zulässig sind. Ich war deshalb auch wirklich nochmal vor Ort, sowohl bei der DEKRA als auch beim TÜV und die haben mir beide rückgemeldet, dass wenn dieses Teil ein E-Prüfzeichen hat, sie da überhaupt keine Probleme sehen. Dementsprechend war ich dann froh und mutig und dachte mir, okay, wir haben hier, wir fragen, sagen immer, was Gescheites und das wird dann verbaut. Wobei man rückblickend sagen muss, dass mich ein Ausprobierer unter euch tatsächlich gewarnt hat. Denn der hat zu unserem Video über die Absprache mit skoda-tuning.com und euren Möglichkeiten davon zu profitieren gepostet, dass er diese, wo ist der Kommentar, hier ist der Kommentar, dass er diese dynamischen Blinkleuchten bereits im UpGTI verbaut hat, bloß leider gehen sie nur, wenn der Motor nicht läuft. Nachdem mir der Tor allerdings auf meine Nachfrage nicht geantwortet hat, habe ich dem Ganzen nicht wirklich viel beigemessen, habe es dann auch vergessen und mich eben selber rangemacht. Und jetzt, nachdem ich meine eigenen Erfahrungen sammeln konnte, muss ich dem Ganzen beipflichten, wenn auch auf eine andere Art. Der Tor schreibt ja, dieser dynamische Blinker funktioniert nur dann, wenn der Motor ausgeschaltet ist. Bei mir ist das so, dass diese dynamischen Blinker exakt einmal funktionieren. Also wenn man die Zündung betätigt, dann blinken sie einmal auf und man kann sie bewundern. Wir schauen es uns auch gleich nochmal an. Wenn man dann allerdings wieder blinken will, dann geht da gar nichts mehr. Und das ist natürlich kein Zustand. Dementsprechend muss man darüber nachdenken, was man macht und wie man damit umgeht. Ja, ich habe da ziemlich dumm aus der Wäsche geguckt, nachdem ich gedacht habe, jawohl, wir haben das Ding montiert und jetzt kommt der große Moment der Freude. Ja, stattdessen kam der große Moment der Tristesse. Boah, sieht man da, wie stolz ich zu diesem Moment noch war. Und dann schalte ich den Blinker an und man sieht ihn einmal auf, blitze. Und dann kam allerdings auch recht schnell der Frust, denn ich muss dann feststellen, verdammt, da geht einfach nichts mehr. Ja, er blinkt wirklich nur ein einziges Mal. Ich kam dann auf den Trichter, dass es was damit zu tun hat, ob ich die Zündung betätige oder eben nicht. Aber trotzdem, wie gesagt, das ist kein Zustand. Ich dachte dann im ersten Moment auch noch, vielleicht habe ich irgendeinen Fehler gemacht beim Einbau. Habe dann diese dynamische Blinklichtleuchte nochmal getrennt und habe stattdessen den Originalblinker wieder verbaut. Ja, der hat dann allerdings 1A funktioniert und auch jederzeit 1A funktioniert, weshalb man dann sehr schnell erkennen konnte, okay, es liegt nicht an mir, es liegt an diesem dynamischen Blinker. So richtig ärgerlich an der Geschichte ist jetzt, dass mir diese dynamischen LED-Blinker auch wirklich richtig gut gefallen hätten. Ja, dieses Orange ist sehr ansehnlich und es wirkt halt deutlich homogener als diese einzelnen Lichtpunkte des Originalteils. Und weil es so schön ist oder hätte werden können, gucken wir uns das Ganze auch nochmal in der Superslomo an. Oh Mann, es ist, es ist wirklich so schade. Schade, schade, schade. Aber es hilft ja alles nichts und nachdem dieses Problem dann feststand, habe ich mir diese Blinklichtleuchte auch nochmal im Detail angeguckt und bin auf ein sehr interessantes Detail gestoßen. Denn diese Zubehörteile verfügen in der Regel über Zeitstempel, die uns Auskunft darüber geben, wann das jeweilige Produkt hergestellt wurde. In diesem Beispiel jetzt bei dieser dynamischen Blinklichtleuchte war es im Januar 2021 soweit. Aber jetzt gibt es nicht nur einen Zeitstempel, sondern dort, wo wir die Steckverbindung anbringen. Hier oben findet sich ein zweiter. Und der dokumentiert als Herstellungszeitpunkt nicht das Jahr 2021, sondern Dezember 2013. Was mich in der Vermutung bestärkt, dass diese dynamische Blinkleuchte hier eigentlich gar nicht für die Up, Mies und Citygoes von heute gedacht ist, sondern vielmehr ein Produkt aus dem Zusammenwürfeln von vorhandenen Restbeständen ist. Die Ups und Mies und Citygoes, das sind ja Dauerbrenner, die laufen ja schon eine gewisse Zeit. Und ich schätze mal, dass man da einfach im Regal noch was gefunden hat und sich gedacht hat, Mensch, wenn ich mir da eine E-Nummer besorge, dann kann ich das legal verkehrsfähig am europäischen Markt für eine ordentliche Marge verkaufen. Und jetzt muss man halt feststellen, ah, verdammt, die Autos haben sich verändert. Heute steckt da viel mehr Elektronik drin, als das noch 2012, 2013 der Fall war. Dementsprechend brauchte man auch andere Widerstände. Und das führt dann in der Konsequenz dazu, dass die Lampenüberwachung sagen, im Moment mal, Freund, das gefällt mir so nicht. Da mache ich dir einen Strich durch die Rechnung. Falls das tatsächlich so sein sollte, dann gibt es vielleicht noch eine Resthoffnung, denn eventuell könnte man dann die Lampenüberwachung via VCDS rauskodieren. Wie das funktioniert, kann ich euch allerdings nicht sagen. Ich habe mich noch nie ins Kodieren rangewagt. Ich bin da kein Experte, aber vielleicht kann da der eine oder andere von euch was beisteuern. Ich glaube, es würden sehr viele zu schätzen wissen. Nutzt die Kommentarfunktion unterhalb des Videos und wenn ihr interessiert seid, lest mal in den Kommentaren nach, ob es da irgendwas dazu gibt. Ich glaube aber, zum jetzigen Zeitpunkt auf alle Fälle festhalten zu können, dass diese dynamische Blinkleuchte von skoda-tuning.com nichts für alle ist, also für alle Leihen. Das würde nur in unzufriedene Kunden und in eine hohe Retourenquote münden, was nicht Sinn und Zweck des Ganzen sein kann. Deswegen, wenn ihr bestellt, wisst, worauf ihr euch einlasst. Falls ihr trotzdem bestellen solltet, nutzt den Code ausprobiert und unsere Absprache mit skoda-tuning.com, um zu sparen, wie das Ganze funktioniert, hier oben jetzt in der Infobox verlinkt. So, und jetzt kann ich euch nur auf dieses Video verweisen, was noch kommen wird. Wie man denn eine solche Blinkleuchte im Upme und Citygo austauscht, das wird es auf alle Fälle auch noch geben, auch wenn es leider nicht zu dieser dynamischen Blinkleuchte gereicht hat, zumindest noch nicht. Wer weiß, vielleicht tut es ja doch noch ein Window of Opportunity auf. Und ansonsten... Ah, was wir noch machen können. Natürlich, ich habe ja vor über einem Monat diesen Lampenvergleich gestartet, also die verschiedenen Halogenleuchten mit der LED von Philips verglichen. Und im Rahmen dessen habe ich angekündigt, dass zwei meiner Abonnenten diese Lampen, die ich jetzt nicht mehr brauche, von mir zugeschickt bekommen, kostenlos. Und da habe ich noch nicht gesagt, wer das bekommt. Und ich glaube, die losen wir jetzt gerade noch aus. Und dann freut sich vielleicht noch jemand. Die Würfel sind gefallen. Der Zufallsgenerator hat seinen Dienst verrichtet. Zunächst mal geht es um diese Original-Ausra Nightbreaker 200, die ganz kurz in meinem E-Up waren, um zu testen. Und ab sofort haben sie einen neuen Besitzer, nämlich Dan Ateez, der hier gepostet hat, dass seine Frau den E-Up fährt. Und natürlich können wir in der heutigen Zeit es nicht verantworten, wenn die Frau nicht zieht. Und deswegen darf er sich jetzt freuen über ein neues Paar Nightbreaker 200. Und dann haben wir hier noch einen Satz Nightbreaker Laser, die auch nicht verkehrt sind. Und diese Nightbreaker Laser gehen an den User Profcore, der tatsächlich auch eine Perle am Start hat. Ich kann euch versichern, das war Zufall. Ich habe hier nicht nach Leuten gesucht, die irgendwie Frauen besser durch die Nacht kommen lassen wollen. Darum ging es absolut nicht. Es ging nur darum, dass ihr den Kanal ausprobiert, öffentlich abonniert. Und das ist hier eben durch dieses Symbol hier gekennzeichnet. Euch beiden herzlichen Glückwunsch. Ihr lasst mir bitte eine E-Mail an die im Impressum hinterlegte Adresse zukommen mit eurer Heimatadresse. Und dann gehen diese Lampen mit DHL oder Hermes an euch in den kommenden Tagen raus. Was noch mal ein echt gutes Thema ist, denn mittlerweile erreicht mich doch die ein oder andere E-Mail von euch. Vielen Dank an dieser Stelle dafür. Ich habe teilweise ein schlechtes Gewissen, weil ich nicht mehr dazu komme, jede einzelne E-Mail im mir zur Verfügung stehenden Zeitkontingent zu beantworten. Mehr Kulpa, falls es eine von euren E-Mails erwischt hat. Ich finde es trotzdem total faszinierend, was ihr alles könnt, was ihr alles macht, worauf ihr alles hinweist etc. Also vielen Dank dafür. Eine E-Mail hat es aber trotzdem in meinen engeren Aufmerksamkeitskreis geschafft. Und zwar stammt diese E-Mail von Christina. Christina fährt, wie ich auch, einen E-Up und hat ein Problem, was wahrscheinlich viele von euch kennen werden. Wir fahren mit unserem E-Up, wir hören Radio, wir stellen den E-Up ab und am nächsten Morgen erwartet uns 80s80s oder das Schwarzwaldradio. In meinem Fall ist es immer 80s80s und ich finde diesen Sender mittelmäßig. Ich könnte darauf verzichten. Es ist jetzt zwar kein großer Act, den DAB-Sender zu verändern, aber es nervt trotzdem gewaltig. Und Christina hat es auch genervt. Und die hat herausgefunden, dass dieses Problem nicht auftaucht, wenn sie diese 12-Volt-Batterie alle zwei Tage lädt. Und dieser Hinweis, der wurde jetzt an VW weitergegeben. Und sie hat mir in ihrer E-Mail mitgeteilt, dass VW aktuell eine größere, leistungsstärkere Batterie für den E-Up prüft. Und sobald es dazu weitere Infos gibt, was man da machen kann und wie man diesen Fehler beheben kann, werden wir hier auf Ausprobiert auch darüber sprechen. Christina, vielen Dank für deinen Hinweis. Vielen Dank für deine Mail. Wenn da wieder was kommt, lass es mich wissen. Die anderen werden diese Infos, glaube ich, auch sehr zu schätzen wissen. Und das war es an dieser Stelle. Es kommt der obligatorische Abschlussgruß. Bleibt sauber und stabil. Hoffentlich bis bald bei Ausprobiert. Tschüss. Hey, pssst, absoluter Geheimtipp. Dieses Video hier solltest du dir unbedingt auch noch reinziehen, weil der YouTube-Algorithmus am besten weiß, was gut für dich ist. Und wenn du Ausprobiert immer noch nicht abonniert hast, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Hier auf das dicke Logo klicken, Glocke aktivieren und nichts mehr verpassen.